Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Draft Guide für Innistrad Midnight Hunt. Ich bin Mathis, euer Blueberry Badger, ja und ich führe euch heute ein bisschen durch das neue Draft Format. Wir schauen uns zuerst mal die zehn Farbkombinationen an, die wir in der Midnight Hunt draften können, mit einem besonderen Fokus eben auf die Synergien da. Ich werde jetzt nicht sagen, das ist der beste Weg, so ein Deck zu bauen, sondern wir schauen uns eher gemeinsam an, wie ist es gedacht, dass die Decks gebaut werden. Und dann schauen wir uns nämlich danach nochmal die besten drei Cummins, in meinen Augen natürlich, von jeder Farbe an. Und ja, da werden halt auch einige Karten dabei sein, die jetzt nicht am Anfang auftauchen, weil die einfach keine besonderen Synergien haben, sondern eben einfach generisch stark sind. Ja, was noch wichtig ist zu sagen, ist, ich rede hier nur über Cummins und Uncommons, oder wie sie so wohlklingt, auf Deutsch heißen, gewöhnliche und nicht sehr gewöhnliche Karten, oder irgendwie sowas in die Richtung. Weil das sind die Karten, die man quasi in jedem Draft sieht. Und die Rares sind natürlich total aufregend und haben natürlich häufig auch relevante Synergien. Aber wir sehen sie eben nicht so oft und die sind auch häufig noch ein bisschen komplexer. Und das würde dann einfach zu lange dauern. Das frisst dann so viel Zeit vom Video dafür, dass man die Karten eigentlich kaum mal zu Gesicht bekommt. Und bei vielen seltenen Karten ist halt auch einfach klar, dass die sehr stark sind. Und dass das nicht mal dann unbedingt synergiegebunden sein muss, dass man die spielt, sondern die packst du einfach ins Deck rein, deine Bomben, und die sind super. Deswegen, wie gesagt, konzentriere ich mich hier auf das, was ich sinnvoller finde. Und ja, damit starten wir rein mit Schwarz-Grün Morbid. Ja, Morbid heißt also, wir bekommen einen Bonus, wenn Kreaturen gestorben sind. In der Haars-Fälle rät uns hier der Grizzly Ghoul schon ganz gut. Was wir hier auf dem Bildschirm sehen, sind eben die beiden sogenannten Wegweiser an Cummins. Die gibt es für jede Farbkombination. Und ja, die verraten eben schon mal ganz gut so, was macht die Farbe am besten, am liebsten. Was sind die, sag mal, beabsichtigten Synergien dafür. Ja, Grizzly Ghoul wird stärker, wenn was gestorben ist, ist an sich schon eine solide Kreatur, also ganz nett. Und die Düsterkrab-Wiedergeburt, ja, damit kriegen wir eben die Sachen wieder aus dem Friedhof. Also rein in den Friedhof raus, aus dem Friedhof ist so ein bisschen das Motto hier. Und ja, wir haben also weitere Kreaturen oder Karten einfach, die uns dafür belohnen, dass Kreaturen sterben. Und dann eben, ja, was ist auch quasi eine Belohnung dafür, die Kreaturen einfach wieder aus dem Friedhof holen und weitermachen. Außerdem, was schwarz-grün besonders gut kann, ist eben durch den Kampf dafür sorgen, dass Kreaturen sterben, weil wir eben Todesberührungen am meisten in dieser Farbkombination haben. Und zusätzlich haben wir durch grün noch ein bisschen die Möglichkeit, uns selber zu milden, also Karten von unserer Bibliothek direkt in den Friedhof zu legen. Und so könnte man beispielsweise auch mal ein bisschen früher eine Kreatur mit sehr hohen Mana-Kosten ausspielen, wenn wir die Düsterkrab-Wiedergeburt haben. Ist also auch noch so eine Achse von dem Deck, wo man ein bisschen drauf achten kann. Generell ist der Friedhof in diesem Set hier einfach eine Ressource, die sehr häufig genutzt wird. Also für fast alle Decks relevant. Unterm Strich würde ich also sagen, kein Deck, wo wir jetzt super stark auf Synergie achten müssen. Ich so, oh, ich muss unbedingt nach Karten gucken, die mich dafür belohnen, dass Karten sterben. Und oh, ich muss unbedingt dafür sorgen, dass so viele Kreaturen wie möglich sterben. Ist Quatsch. Also nehmt die Boni da mit, wo sie kommen, aber viele von den Karten sind einfach generisch stark und sollten so gespielt werden. Auch relativ klar, dass sich hier wohl ne grindige Strategie anbietet. Also wir wollen, ja, viele Ressourcen tauschen eben mit der Gegenseite und dann unterm Strich einfach die meisten Sachen haben, weil wir unsere Sachen einmal mehr aus dem Friedhof holen können quasi. Unser nächstes Deck ist Weiß-Schwarz Kreaturenopfern. Wir sehen hier den Fleischeintreiber und Ritus des Vergessens als Wegweiser an Kammens. Der Fleischeintreiber, wahrscheinlich eine der besten Kreaturen von den Wegweiser an Kammens. Zwei-Mana-2-Zweier, der eben unheimliches Potenzial hat. Wirklich, wenn du ein paar Kreaturen rumliegen hast, kann der im späteren Spielverlauf einfach die Gegenseite töten mit einem Angriff, weil du es mehrmals pro Runde aktivieren kannst. Und du kannst deine, quasi häufig deine beste, deine schlechtste Kreatur gegen die beste Kreatur von der Gegenseite tauschen. Wenn, also in den Blocks, weswegen häufig, wenn die Gegenseite nicht interagieren kann, die davon abgehalten wird, auch noch anzugreifen. Also alles sehr, sehr stark hier. Der Ritus des Vergessens, eben auch eine Karte, die, ja, ja, Kreaturen erstmal opfert, was wir wahrscheinlich ganz gut gebrauchen werden. Und, ja, guter Removal-Spell einfach und profitierst du auch sehr davon, dass du eben Futter rumliegen hast. Also welche Kreaturen, Spielsteine, Tokens, die du, die jetzt nicht wichtig sind für dich im Kampf. Weitere Payoffs, also Belohnungen dafür, dass Kreaturen sterben. Jetzt hier steht nicht speziell Opfern, sondern einfach nur sterben. Und deswegen haben wir auch hier einigen, ja, sag mal, Schnittmengel mit anderen schwarzen Decks, eben, weil es eben nur darum geht, dass Kreaturen sterben. Aber eben, wenn du es opfern kannst, hast du eben mehr Kontrolle über das Sterben von den Kreaturen. Genau, hier noch eben diverse Belohnungen dafür. Und was ich hier noch besonders herausheben will, ist die Mechanik Aufstören, die wir hier vor allem in den weißen Karten finden, auch wenn es auch ein bisschen in schwarz vorkommt. Und die funktioniert folgendermaßen, wir spielen die Vorderseite aus unserer Hand und die Rückseite quasi aus dem Friedhof für die Aufstörenkosten. Und das heißt jetzt zum Beispiel für unser Opferdeck, dass wir mit einer Karte zwei Kreaturen bekommen, die wir opfern können. Oder vielleicht eine Kreatur, hier die Vorderseite opfern wir und dann können wir die Rückseite einfach als ein 1-1er-Flieger aus dem Friedhof bekommen. Und ich denke mal, dass die hier auch ziemlich gut performen sollten. Also hier noch ein paar Beispiele für Kreaturen mit Aufstören. Und ja, wichtig ist dann natürlich auch noch, ja, das Futter, den Vorder, damit wir auch Sachen zum Opfern haben. Hier zum Beispiel der Signalhorn-Katara. Signalhorn-Katara. Achtung, pass auf dich auf. Ja, Signalhorn-Katara macht uns eben, ja, ein 3-3er plus ein 1-1er. Können wir den 1-1er für irgendeinen Effekt opfern, haben noch ein 3-3er zum Blocken und Angreifen. Ruft der Katara, ich bin ein bisschen skeptisch bei der Karte, aber die kann ja auch pro Runde einen Spielstein erzeugen. Und der rachsüchtige Würger ist auch hier in diesem Deck am besten, da wir am meisten Kontrolle wohl darüber haben, wann die Kreatur stirbt. Ähm, dazu haben wir dann vor allem eben in Schwarz noch sehr viel Futter, was auch eben in vielen anderen schwarzen Decks nochmal relevant wird. Durch den humpelnden Zombie, ich glaube, der kommt bei jedem schwarzen Deck irgendwie vor, weil der mit allem synergiert. Die Okkultisten-Novizin, ähm, ja, die will also ganz offensichtlich geopfert werden. Und auch die Düsterkrab-Horde gibt noch ein bisschen mehr Futter zum Opfern. Ähm, und jetzt sehr wichtig, was sind denn überhaupt die Karten, mit denen wir opfern können, ne? Weil einfach nur Futter auszuspielen bringt ja nichts, wir müssen ja irgendeine Karte dann auch haben, mit der wir opfern können. Und hier sehen wir ja den ekstatischen Erwecker, der, äh, wirklich ziemlich solide aussieht. Erst recht, wenn du mit dem irgendwie ein, ähm, verwestes Zombie-Token oder ein, ähm, so ein 1-1er Menschen opfern kannst. Sieht das ziemlich nice aus. Kriegst ein 4-4er und auch noch eine Karte. Lebendig gefressen ist, ähm, ja, auch super, wenn du einfach überzählige Tokens rumliegen hast. Mokko-Zumpf-Beh-Behemoth. So wird das, glaube ich, ausgesprochen auf Deutsch. Äh, ja, auch super dafür. Aber das war's, Leute. Also, das waren alle Karten, mit denen wir opfern können in Kamen und Ankammen. Also, hier, abgesehen eben vom Fleischeintreiber und Rito ist nur die drei, die ich euch gerade gezeigt habe. Also, ähm, vor allem fehlt's an wiederholbaren Opfermöglichkeiten, wie eben der Fleischeintreiber ist da die einzige Karte. Ähm, das heißt auch, dass man sich jetzt wahrscheinlich in dem Deck nicht überladen muss mit, ähm, Futterkreaturen oder Futterkarten, die halt eben nur Futter zum Opfern machen, weil letztlich werden wir vielleicht gar nicht so oft opfern können, wenn wir nicht vielleicht zwei Fleischeintreiber ins Deck bekommen. Ähm, auf jeden Fall deswegen im Hinterkopf zu behalten, ob's nicht da auch besser ist, halt weniger jetzt, äh, super stark auf Synergie zu achten. Ich denke, das passiert auch mehr oder weniger so ein bisschen nebenbei. Und wenn man mal den Fleischeintreiber hat, dann kann man vielleicht mal, also wenn man den früh bekommt, kann man vielleicht mal ein bisschen gezielter auf Opfer-Synergien draften, aber ich denke mal, ansonsten ist das nicht super relevant, sondern eben einfach das, was in der Farbkombination passiert. Als nächstes haben wir jetzt, äh, weiß-blau aufstören, ähm, ist technisch gesehen nicht nur aufstören, Rückblende ist auch viel mit dabei, man könnte sagen, Value aus dem Friedhof generieren. Schauen wir uns den treuen Grabdiener an, der verrät uns eigentlich schon ziemlich viel, der macht eigentlich alles, was mit dem Deck hier, was in dem Deck hier relevant ist. Also, zwei Mana, zwei Einser, nichts Besonderes, aber mild eben zwei Karten, also legt die obersten zwei vom, ähm, von der Bibliothek in den Friedhof. Dann tappt, können wir noch Kreaturen tappen, bisschen aggressive Fähigkeit, wenn wir was aus dem Friedhof casten, und kommt selber als 3-Einser-Flieger zurück. Ja, der kann nicht gut blocken, aber, ähm, das ist trotzdem wirklich einfach super, super gutes Value für eine Zwei-Mana-Karte, äh, kann man sich gar nicht beschweren. Und, ähm, auch die getreu Wiederherstellung, unsere andere Wegweiser ankamen, zeigt uns ja auch ganz gut, was wir hier machen wollen. Also einfach durch unser Deck durchgraben, Sachen in den Friedhof bekommen, Sachen aus dem Friedhof casten. Allerdings bin ich bei der Wiederherstellung noch ein bisschen skeptisch, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. So, kommen wir jetzt eben zur Kategorie Karten in den Friedhof bekommen, Friedhof füllen. Ähm, da gibt es Karten, die sind speziell dafür vorgesehen, wie wir sehen, wieder Blick aus einer anderen Welt. Macht nichts anderes, außer Karten in den Friedhof zu legen. Und hat nochmal Rückblende, kann also auch, wenn es selber gemillt wurde, kannst es nochmal aus dem Friedhof wirken. Allerdings, hier ziehen wir keine Karte. Also ich bin sehr skeptisch, Blick aus einer anderen Welt. Da muss dein Deck schon super, super hypersynergetisch sein, bevor du darüber nachdenkst. Ich würde im Moment davon abraten. Schiffswrack-Sichter für mich auch. Bis der es wirklich wert ist, musst du wahrscheinlich so viel, ähm, Disturb und Geister und sowas haben. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist der nachher ein wichtiges Synergieteil, aber im Moment würde ich da jetzt nicht so zugreifen. Unter Wasser, Grabflickwerk vielleicht schon mal ein bisschen besser, weil es einfach eine solide Kreatur ist. Und der Vorratskammer-Zombie, wenn du irgendwie hart viele Tokens hast oder so, ist das vielleicht auch da nochmal eine Möglichkeit, zusätzliches Value zu bekommen. Aber das kommt wirklich sehr darauf an, ob wir in dem Deck jetzt sehr, sehr stark auf Synergie gehen, oder nicht doch lieber halt auch einfach solide Kreaturen und so spielen wollen. Und dann die Boni halt nehmen, die wir so gratis dazu bekommen. Zum Beispiel bei der Heiligmacherin des Celestus, ne, die kann auch Karten in den Friedhof legen, aber es ist halt auch ein 3-2er für 3, ne. Die Kreatur, die kann am Kampf teilnehmen. Abwägen ist einfach ein günstiger Spontanzauber, ist ein Cantrip, also bekommst sofort die Karte zurück, kannst was in den Friedhof legen. Und der Organsammler sticht hier vielleicht auch besonders hervor, weil, ähm, ja, es ist halt einfach eine, ja, 3-2 für 4 Mana ist kein guter Körper, aber wenn wir, äh, ja, nicht nur eine Karte ziehen, sondern die beste der oberen 3 Karten bekommen, noch was in den Friedhof legen können, das ist schon verdammt gut. Ähm, denk mal, so eine Karte bringt das Deck wirklich zum Summen. Ja, wir spielen gleichzeitig aufs Schlachtfeld und machen unseren Synergieplan dabei. Ähnlich auch bei der Phantomkutsche, einfach ein großer Flieger, legt noch was in den Friedhof, gieriger, schiffbrüchiger, millt uns nebenbei ein paar Karten, hat selber aufstören. Und natürlich aufstören, 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 aufstören und Rückblende nicht vergessen. Die Rückblendekarten funktionieren natürlich auch ganz ordentlich in diesem Deck. Zu guter Letzt haben wir hier auch noch ein paar Karten, die uns einfach dafür belohnen, dass unser Friedhof voll ist oder dass wir Karten aus dem Friedhof casten. Ähm, bei den Karten bin ich mir auch echt noch sehr, sehr unsicher, ähm, ob die gut sind, ob die nicht so gut sind, ob die genau das sind, was du tun willst in dem Deck. Das wird sich alles noch zeigen. Das kommt eben darauf an, wie prominent dieses Friedhofsthema dann wirklich wird. Ja, also deswegen bin ich eben auch noch sehr skeptisch bei der getreuen Wiederherstellung, ob die jetzt, ähm, eine Karte ist, die wir wirklich aktiv wollen in allen unseren blau-weißen Decks. Ähm, meine Vermutung wäre eher nein. Und wir wollen eben auf effiziente Kreaturen gehen, die auch noch irgendwie aufstören oder Friedhofssynergien haben. Nächstes Deck, Werwölfe, Rot-Grün. Ja, und hier haben wir noch eine neue Mechanik zum Vorstellen. Sehen wir auf dem Kessick-Naturalisten. Für Rot-Grün bekommen wir ein 2-2er. Er erzeugt ein bisschen Mana, wenn er angreift. Nicht schlecht. Und hat halt eben Tag aktiv und Nacht aktiv. Und eben eine nachtaktive Seite. Äh, sind die, ähm, Werwölfe, transformieren alle über diese Mechanik. Hier steht's auch nochmal drauf. Aber ich zeig's euch auch mit den Tokens, äh, die es dafür gibt. Gab's zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Deutsch, deswegen hier die englischen Versionen. Ja, und es kann halt entweder dadurch Tag oder Nacht werden, dass es eben auf irgendeiner Karte draufsteht als Effekt. Oder dadurch, dass eben eine, ähm, tagaktive bleibende Karte, also das ist Kreatur, dass eine Kreatur mit tagaktiv eben rauskommt. Ähm, und ab dann schauen wir da drauf, ob's Tag oder Nacht ist erst. Das heißt, wenn das in der ersten Runde oder sowas passiert, doch überhaupt nichts, was mit Tag oder Nacht zu tun hat. Und, ähm, genau, wir erreichen, dass es eben von Tag auf Nacht wechselt, indem wir in unserer eigenen Runde keine Zaubersprüche ausspielen. Was die Gegenseite ausspielt, ist dafür halt dann nicht relevant, nur in der ihrer jeweiligen Runde. Und von, äh, Nacht auf Tag eben, indem wir zwei Zaubersprüche mindestens ausspielen, in unserer eigenen Runde. Das ist also durchaus etwas, worauf man mal ein bisschen achten kann. Meine kleine Wehrkatze ist hier gerade, ähm, wieder total am Durchdrehen. Ihr kennt sie ja schon, wenn ihr ein paar meiner Videos geguckt habt. Ja, genau, ähm, und in der Nacht transformieren eben unsere Menschen dann zu, zu richtigen Wölfen und so weiter. Das ist die Idee dabei natürlich, ja. Und wir können dadurch, dadurch werden unsere Wehrwölfe stärker und wir bekommen noch andere Boni. Und dafür dann auch unnatürliches Mondlicht, ja, um Nacht zu machen, quasi transformiere alle Wehrwölfe, könnte da auch draufstehen. Und, äh, dann bekommt eine Kreatur Trampeln, kann ein bisschen Schaden machen. Wir wollen hier also wahrscheinlich, ne, was, was bekommen wir hier? Wir bekommen Buffs auf unsere Wehrwölfe, wir bekommen zusätzliches Mana, wir bekommen Trampel, wir wollen Monster spielen, ja. Ganz einfache Angelegenheit. Rot-Grün, ja, aggressive, große Kreaturen. Hm, wie gesagt, der Genight dafür noch relevant. Und das hier sind so unsere Wehrwölfe in Kammen, die, äh, zeige ich jetzt gerade nicht die Rückseiten hier, weil die einfach nur größere Statuswerte auf der Rückseite haben, ist sogar auf der Karte abgedruckt jeweils, ne. Der 3-2er mit Trampeln wird zum 4-4er mit Trampeln in der Nacht und so. Ja, das sind also Kreaturen, die sind dann auf der Vorderseite so ein kleines bisschen zu schwach, aber eigentlich sogar noch halbwegs solide als Füllerkarten. Aber dann auf der Rückseite sind es für ihre Mana-Kosten schon sehr beachtliche Kreaturen, ne. 3-Mana, 4-4er, 3-Mana, 3-5er, 4-Mana, 6-5er und sowas. Das ist dann schon sehr beeindruckend. Dann haben wir hier noch, äh, ein paar Uncomings, die haben häufig noch etwas stärkere Fähigkeiten auf der Rückseite. Na, 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 wie wir hier sehen können bei der Brigantin bekommt die noch eine zusätzliche Fähigkeit, wenn die transformiert ist. Äh, der Abwehrschild wird bei der Steinbrecherin stärker und sowas, genau. Ähm, interessante Achse hier vielleicht an dem Deck, ähm, oder wo ich mir einfach auch noch nicht so sicher bin, wie ich damit umgehe und wie relevant das ist, ist eben, dass die Wehrwölfe, dass du halt warten musst. Es wird ja nur Nacht, wenn du eben eine Karte draußen hast, die irgendwie tagaktiv-nachaktiv ist und in deinem eigenen Zug keine Spells aus Spiels spielt, also keine Rolle, was die Gegenseite macht. Aber du musst darauf verzichten, halt irgendwie eine Kreatur oder Hexerei oder sowas auszuspielen, was du halt nur in deiner Hauptphase spielen kannst. Also ist es vermutlich wichtig für die Wehrwolf-Decks, also die wirklich sehr viel mit Tag und Nacht arbeiten, die wirklich wollen, dass es Nacht wird und ihre Wehrwölfe transformieren, dass du eben Mittel und Wege hast, wie du dein Mana sinnvoll ausgeben kannst, ohne in deiner Runde einen Zauberspruch zu spielen. Und da sind eben hier mit Aufblitzen, aktivierte Fähigkeiten, Spontanzauber und sowas, sind da also Sachen, auf die man wahrscheinlich schon aktiv achten muss, wenn man das Deck spielt, weil du willst nicht einfach nur, damit deine Kreatur stärker wird, einen Zauberspruch nicht ausspielen aus deiner Hand. Also so gerade im frühen und mittleren Spielverlauf ist das ein sehr, sehr großer Tempo-Nachteil. Und deshalb müssen wir sozusagen, wir wollen ja optimalerweise trotzdem einen guten Spielfluss haben und dass unsere Wehrwölfe transformieren. Und dafür wird wahrscheinlich sowas notwendig sein. Aber eben mal sehen. Jetzt sehen wir weitere Geheul der Jagd mit Aufblitzen, aktivierte Fähigkeiten, eben hier nochmal aktivierte Fähigkeiten. Alle Sachen, mit denen wir was machen können. Und es gibt auch noch ein paar Karten, die eben mit dem Tag- und Nachtwechsel irgendwas interagieren. Also entweder dafür sorgen oder uns dafür irgendwie belohnen. Meistens beides, wie hier eben Astronomen und Schwefelvandale. Damit haben wir also vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Kontrolle über Tag und Nacht. Ist auf jeden Fall was, an das man denken kann. Ja, also wie gesagt, unterm Strich, denke ich mal, wir wollen uns einfach darauf konzentrieren, halt einfach dicke Kreaturen, Combat-Tricks einzusetzen. Also temporäre Verstärkungen, während wir angreifen. So einfach die gegenseitig überwältigen mit Statuswerten, wird wahrscheinlich hier der Plan sein. Schwarz-Rot Vampir-Spektakel. Ja, das heißt also, das sind die Farbe, wo die Vampire vertreten sind, am allermeisten. Und dazu Spektakel. Das ist eine Mechanik aus Ravnica Allegiance. Die gab es da auch in Schwarz-Rot. Die ist jetzt hier nicht, also hier gibt es kein Schlüsselwort dafür, kein Keyword. Aber effektiv trotzdem da, wir bekommen Boni dafür, wenn, oder unsere Karten bekommen Boni, wenn die Gegenseite Lebenspunkte verloren hat. Und wie wir an der Prominenten Vampirin sehen können, die ich auch hier nochmal herausheben will, als wirklich eine der stärksten von den Wegweiser an Cummins, 2 Mana, 2-2 bedrohlich, ist eine Karte, die du wahrscheinlich sowieso in diesem Deck spielen wollen würdest, weil die eben ziemlich verlässlich dann in Runde 3 angreifen und schon mal deinen ganzen Kram triggern kann. Aber die macht ja sogar noch mehr, sondern gibt halt auch noch in der Runde, wenn du sie spät ausspielst und Schaden gemacht hast, dann verstärkt sie dein Board. Wenn du sie früh ausspielst, kann sie dafür sorgen, dass du eben diesen Schaden machen kannst und legt dann plus 1 Marken auf die Vampire. Also das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Definitiv ein Grund, um noch ein paar mehr Vampire ins Deck zu packen. Wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Hunger nach mehr, bin ich noch ein bisschen skeptisch, scheint schon sehr aggressiv zu sein, aber wer weiß, vielleicht ist es wert. Hier haben wir weitere Karten, die sich eben darum kümmern, dass die Gegenseite Lebenspunkte verloren hat. Die meisten von denen kann man halt auch so spielen, 3 Mana, 3 2er, 4 Mana, 4 3er ist jetzt halt nicht gut, aber halt immer noch okay. Anders als vielleicht jetzt bei der Fledermausflüsterin, das wäre dann schon so eine Karte von der Kategorie, wo ich sage, wenn du das nicht verlässlich triggern kannst, dass du die 1 1er Fledermaus bekommst, dann willst du die Karte eigentlich nicht spielen. Hier noch ein paar Payoffs in Uncommon. Karten abwerfen, Plus-1-Marken bekommen, bisschen Schaden verteilen, so Sachen eben. Und das hier sind jetzt Karten, mit denen können wir verlässlicher dafür sorgen, dass wir Schaden reinbekommen. Der Belagerungszombie zum Beispiel kann uns ganz ohne Angriff unser Spektakel ermöglichen. Der Vampirische Eindringling ist einfach eine sehr gute, aggressive Kreatur. Also wenn du ein aggressiv ausgerichtetes Deck hast, dann ist das ein Two-Drop, glaube ich, den du aktiv haben willst, ziemlich dringend. Der Horrorhund, naja, ist eine gute schwarze Karte immer, aber hat eben besondere Synergie in diesem Deck hier. Auch diese aggressiven, billigen, roten Kreaturen sorgen eigentlich alle ganz gut dafür, dass Schaden verteilt wird, weil die Stecherin ist, besonders wenn du jetzt on the play bist, also wenn du anfängst zu spielen, wird die wahrscheinlich sehr, sehr häufig durchkommen. Und du musst ja gar nicht aktivieren, sondern du, einfach nur die Androhung, dass du es machen kannst, hält die Gegenseite häufig vom Blocken ab und dann kriegst du deinen Schaden rein, musst es kein Mana ausgeben und dann kannst du deine Spektakelkarte spielen. Messerschleuderin aus Weitenrad eben ähnlich, sorgt einfach dafür, dass Schaden durchkommt. Schwefelvandale hat dann bedrohlich und kann auch nochmal beim Tag-Nacht-Wechsel ein bisschen pingen. Es gibt noch mehr. Vielleicht die beste Möglichkeit, eben ohne Kampfschaden zu machen, ist der Thermo-Alchemist, einfach tappen und eben, wenn du sobald ein paar Spontan-Zauern-Hexer rein hast, geht der mächtig ab. Ja, und dann noch so ein paar eben Convertrix-mäßige Karten. Hier, Lebenskraft bekommen wir, Trampelschaden sorgt dafür, dass die Gegenseite eher Schaden bekommt. Der Neugeborene macht direkt Schaden und kostet eben weniger, wenn wir Vampire haben, sodass wir noch was ausspielen können. Den Posten verlassen kann eben dafür sorgen, dass wir unseren Kampfschaden durchbekommen. Da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, aber eben sollte mal hier aufgeführt sein, der Vollständigkeit halber. Ja, unterm Strich also, ja, ein wirklich sehr aggressiv ausgerichtetes Deck, wie es aussieht, aber wir werden gleich auch nochmal sehen, wenn wir zu den Top Cummins kommen, dass die besten Cummins in Rot und Schwarz halt eigentlich Removal-Spells sind. Was nicht heißt, dass das nicht gut zusammen funktionieren kann mit dem Spielplan hier. Nur eben, vielleicht wollen wir gar nicht hyper-aggro spielen, sondern sind zufrieden damit, einfach einen Haufen Removal zu spielen und dann ein paar kleine Kreaturen zu haben, die durchkommen. Schauen wir mal. Unser nächstes Deck ist grün-weiß Hexenzirkel. Also Hexenzirkel hier wieder die Mechanik, die dieser Farbkombination zugeordnet wird. Das heißt nicht, dass wir unbedingt nur Hexenzirkel machen wollen die ganze Zeit. Aber worum geht es hier denn eigentlich? Hexenzirkel sagt eben, wie es da unten auch steht, auf den Hüterinnen, zu Beginn des Kampfes, falls du drei oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrollierst. Das ist immer die Bedingung, nach die wir schauen wollen. Drei Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke haben. Und dann bekommen wir eben diverse Vorteile. Dazu haben wir noch so ein Unterthema, dass wir, es nennt sich Go White, auf Englisch, bis jetzt ist mir kein gutes deutsches Wort dafür eingefallen, aber wir wollen viele Kreaturen haben. Viele Kreaturen gleich Profit. So, sehen wir ja auch an den Hüterinnen, verstärken alle, sorgen auch dafür, dass vielleicht so irgendwelche 1-1er vielleicht mal angreifen können oder so. Ja, dann hier sehen wir mal weitere Belohnungen dafür. Unser 2-Mana-2-2er bekommt dann Fliegen, wenn wir ja eben drei verschiedene starke Kreaturen draußen haben. Mit Kerzenfalle können wir richtig was exilen. Ehrgeizige Markt kann transformieren. Duell-Trainer wird richtig stark. Die Kraft der alten Sitten wird von einer sehr schlechten Karte zu einer eigentlich recht guten Karte, weil wir dann eine Karte ziehen, wenn wir Hexenzirkel haben. Duell um die Vorherrschaft wird auch deutlich geupgradet durch den Plus-1-Counter bei Hexenzirkel. Also das ist schon, würde ich sagen, eine relevante Sache. Allerdings muss man dazu auch sagen, es geht ja eigentlich nur darum, naja, also viele Kreaturen draußen zu haben. Wenn du viele Kreaturen im Deck hast, dann wird sich das einfach natürlich ergeben, dass die halt auch unterschiedliche Stärke haben. Von daher ist das halt die Frage, wie stark müssen wir jetzt aktiv darauf achten, unseren Hexenzirkel zusammen zu bekommen. Hier ein paar Karten, die, denke ich mal, sinnvoll damit interagieren. Also Signalhorn Katara sehen wir hier schon mal wieder. Macht direkt zwei Kreaturen, also zwei Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke. Das sind schon zwei Drittel vom Hexenzirkel. Der Silberschmied aus Gavin ist erstmal ein tolles Pay-Off dafür, dass du viele Kreaturen hast, weil du eben Plus-1-Counter draufschmeißen kannst und kann sie dann halt noch strategisch so verteilen, dass wir eben unseren Hexenzirkel haben. Der Fallensteller aus Gavin ist vielleicht auch eine schöne Ergänzung, weil es eine Kreatur mit Null Stärke ist und die sind eben nicht so häufig und damit haben wir schon mal diesen Platz ausgefüllt. Zu der Waldlandführer kann Plus-1-Counter verteilen, die Akrobatentruppe, die kannst du einfach passend einstellen und dann ist ja auch ein gutes Pay-Off dafür. Ähnlich die Morgenlicht-Mentorin eben liefert Null Stärke und eine Stärke und noch ein Pay-Off für den Hexenzirkel. Das sind also so Karten, die sind sowieso spielbar und dann kann man die vielleicht mal in dem Deck ein bisschen priorisieren, weil die dann dafür sorgen, dass eben unsere Hexenzirkel-Karten gut werden. Ja, deswegen, also unterm Strich scheint es jetzt nicht wirklich ein kompliziertes Deck zu sein. Wir wollen viele Kreaturen ausspielen und profitieren, also wichtig ist vor allem die Kreaturen-Quantität und natürlich Qualität. Es wird jetzt nicht irgendeinen Schrott da reinwerfen, nur damit es halt irgendwie passt. Also, ja, spielt viele Kreaturen aus, werdet belohnt. Vielleicht das einzige Deck, wo man sinnvoll das Equipment auch spielen kann, wird sich noch zeigen. Kommen wir zu Blau-Schwarz-Zombies. Wie uns der Klingendurchbohrte Skarp schon sagt, möchten wir gerne hier Zombies ausspielen. Das sind natürlich der Kreaturentyp auch auf besonders vielen schwarzen und blauen Karten abgedruckt. Aber wir bekommen auch viele von den verwesenden Zombie-Token, von denen wir schon so ein bisschen was gesehen haben. Der hier verstärkt die zum Beispiel. Aber wir können auch, eben wie wir bei Leichenflicken sehen, eben was Besseres machen mit unseren Zombies, weil das sind leider keine echten Kreaturen. Die können nicht angreifen, oder die können angreifen, aber nur einmal und können nicht blocken. Leichenflicken gibt uns eben eine Möglichkeit, die Zombies zu verwursten. Das sind also unsere Kategorien hier für diese Farbkombination. Quasi Zombie-Tokens machen und dann Zombie-Tokens verwursten. Und wie wir sehen werden, gibt es da wirklich einige Karten, die damit interagieren. Also es könnte durchaus ein synergetisches Farbpärchen sein. Hier sehen wir auch, das Zombie-Token gab es auch nur auf Englisch mit eben verwesend drauf und die Kreatur kann nicht blocken und wir müssen sie nach dem Kampf opfern, wenn sie angegriffen hat. Ja, also wie gesagt, ein großer Fehler wäre es, das als echte Kreatur anzusehen. Das ist sie nicht, sondern es ist eine zusätzliche Ressource, mit der wir irgendwas anfangen wollen. Eher so sollte man die betrachten. Bekommen auf Karten wie Schalter umlegen, verfaulte Vereinigungen, von denen ich erstmal abraten würde. Dann bekommen wir Zombies dazu. Hier noch ein paar Karten, klassische schwarze-blaue Karten und einfach noch ein Zombie obendrauf. Wie bei keinen Ausweg. Von der Karte würde ich auch abraten. Ist eben wegen Rückblende und Aufstören nicht so gut in dem Set hier. Düster Grabhorde. Ja, drei Vierer bringt noch zwei Zombies mit. Rache der Ertrunkenen ist ein blauer quasi-Removal-Spell, der ja eben noch ein 2-2er macht. Rumpelnder Zombie haben wir schon gesehen. Die Falkenschäußlichkeit ist eben ein Flieger, der noch ein Zombie mitbringt. Aufschrecken ist auch eine klassische Karte. Schwächer machen, Karte ziehen. Ja, und dann kriegen wir noch ein Zombie dazu. So, jetzt zur interessanten Kategorie Zombies verwursten. Was wollen wir also machen? Wir haben es schon gesehen, wir haben Möglichkeiten Zombies zu verstärken mit unserem Wegweiserankommen. Zum Beispiel hier können wir jetzt in blau Kreaturen opfern, um Karten zu ziehen. Auch eine gute Möglichkeit, was mit den Zombie-Tokens anzufassen. Mit lebendig gefressen können wir unsere Zombie-Tokens opfern, um die beste Kreatur der Gegenseite ins Exil zu schicken. Wir haben eben den Belagerungs-Zombie schon bei Rot-Schwarz gesehen. Hier die Scarb-Bändigerin. Die gibt uns, finde ich, auch eine sehr gute Möglichkeit, diese verwesenden Token für sowas wie ein Removal-Spell zu benutzen. Aus dem Keller kriechen. Interagiert auch positiv, da wir eben eine Plus-Eins-Marke auf so ein 2-2er Verwesungs-Zombie zu legen. Das können wir machen und das, würde ich sagen, ist schon relevant. Auf jeden Fall. Ein 3-3er kann man ordentlich angreifen. Und wenn deine ansonsten solide Karte quasi einfach sagt, du kriegst noch drei Schaden dazu auf der Gegenseite, hört sich nicht schlecht an. Kann ich sehen. Ja, also unterm Strich haben wir aber gesehen, es ist schwierig, die Zombies richtig zu verwursten. Und das wäre wahrscheinlich auch die Priorität Nummer 1 bei mir. Ja, also wenn ich in diesem Deck bin, abgesehen halt von einfach generisch starken Karten, würde ich halt, ja, auf jeden Fall Möglichkeiten priorisieren hier, wie wir die Zombies verwursten können oder verstärken können in irgendeiner Hinsicht. Als nächstes haben wir Blau-Rot-Zaubereien, also Spontan-Zauber- und Hexereien. Ich habe das mal hier abgekürzt. Ganz elegant. Ja, unsere Wegweisern kam, ist der Sturmkreischer. Fünf Mana, zwei Vierer fliegen, bisschen schwach sieht er aus, aber macht alle Spontan-Zauber- und Hexereien günstiger und bekommt eben die We-Dragonauts-Bonus. Also wenn wir einen Spontan-Zauber- und Hexereien wirken, kriegt 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Also sehr viel explosives Potenzial, wenn wir viele Spontan-Zauber- und Hexereien wirken wollen. Ja, das ist so der, äh, das ist so das Thema vom Deck. Spellslinger, sagt man das auch auf Englisch. Also wir wollen wirklich mit Spontan-Zauber- und Hexereien um uns werfen und haben dann ganz viele Karten, die uns dafür belohnen, dass wir das machen. Akane Infusion, äh, sehen wir, ist dann so eine gute Getriebe-Karte dafür, die eben, ja, selber einen Spontan-Zauber, die unsere Karten triggern kann. Dann sucht uns einen neuen Spontan-Zauber- und Hexereien, die unsere Karten triggert. Dann nochmal Rückblende und wieder eine bekommen. Also, äh, wirklich sehr, sehr viele Trigger dadurch. Ähm, weitere Karten, die halt hier mit Spontan-Zauber- und Hexereien zusammenhängen, ist der starrende Beobachter, der uns dann ein bisschen Extra-Mana geben kann. Ist vielleicht gar nicht so schlecht mit, halt, ähm, den Rückblende-Karten, weil die meist ein bisschen teurer sind aus dem Friedhof. Geheimnisstörberer, ich bin sehr, sehr skeptisch. Also, Delver of Secrets, eine sehr ikonische Karte, die in den Constructed-Formaten einiges angerichtet hat, aber in Limited eigentlich nicht so gut. Ähm, also, äh, würde ich jetzt mal eher von abraten. Ähm, die Runenrufer-Malerin kann man definitiv spielen. Besonderes Potenzial haben die ungeladenen Festival-Gäste in diesem Deck hier. Ich kann sie vielleicht auch mal in rot-schwarz sehen, aber in dem Deck, ähm, hat eben diese Kreator einiges an explosivem Potenzial. Wenn wir viele Spontanzauer und Hexereien um uns werfen können, ja, wenn die mal durchkommt, kann die, kann die mal irgendwie, ja, fünf bis sieben Schaden machen. Das ist schon einiges für einen Two-Drop. Ähm, Thermo-Alchemist ist brandgefährlich. Ich glaube, ich würde Thermo-Alchemisten selbst ohne Spontanzauer und Hexereien in den meisten meiner roten Decks spielen. Aber hier in diesem Deck natürlich, ähm, lasst mich euch nur sagen, unterschätzt den nicht. Wenn ihr den auf der Gegenseite seht, der ist eigentlich ein Must-Kill, ne? Ja, und Nutze den Sturm ist natürlich auch, äh, genau die Karte dann für dieses Deck. Ja, wir machen eben eine Karte, die halt nur, eine Kreatur, die eben nur dann groß ist, wenn wir vorher viele Spells gespielt haben und haben nochmal Rückblende dafür. Ziemlich, ziemlich klar, was wir hier machen sollen. Und das hier sind jetzt mal Beispiele für gute Spontanzauer und Hexereien. Das sind also vor allem Cantrips. Cantrips sind eben vor allem günstige Zaubersprüche gemeint, die nochmal eine Karte ziehen und damit quasi nur Mana kosten, aber keine Handkarte an Ressourcen. Ähm, ist halt gut, weil die zieht dich dann wieder quasi in neue Spontanzauer und Hexereien, lässt sich den ganzen Kram weitermachen. Deswegen sowas wie Abwägen, Gier der Neugeborenen, Aufschrecken, Geheimnisse des Schlüssels, zieht ja jetzt nicht direkt eine Karte, aber halt nach ein bisschen Zeit und Mana-Investition. Also das sind dann wahrscheinlich die, ähm, die Karten, die wir hier in dem Deck spielen wollen, um dann alles zum Laufen zu bringen. Bei denen hier bin ich noch ein bisschen skeptisch. Elektrische Offenbarung und Blick aus einer anderen Welt sind halt nur Getriebekarten. Die haben halt selber keinen Effekt irgendwo auf dem Schlachtfeld. Die ziehen dich einfach weiter durch dein Deck durch und, ähm, könnten es wert sein, wenn irgendwie die Anzahl an Rückblende und Aufstörenkarten und sowas extrem hoch ist. Aber ansonsten wäre ich, ich wäre erstmal vorsichtig mit denen. Mal ganz ehrlich, meine lieben Freunde. Ja, also eben klassisches, äh, Spellslinger-Deck. Wohlgemerkt, wir haben nicht so viele Payoffs dafür. Einfach auch wieder entkommen und entkommen. Also, ähm, ja, vielleicht muss man ein bisschen mit den ungeladenen Festival-Gästen, ähm, ja, sich mit denen versorgen oder so. Aber wie gesagt, es wollen auch nicht so, wahrscheinlich die meisten roten Decks wollen die Karte nicht haben. Also könnte sein, dass das hier eine Priorität ist. Müssen wir mal sehen, wie das Deck sich dann ausspielt letztens. Und hier haben wir noch Grün-Blau-Rückblende. Ähm, nicht unbedingt nur Rückblende, bei dem Farbpärchen bin ich mir auch ein bisschen unsicher, um ehrlich zu sein. Was, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Und vielleicht sind wir auch das Ramp-Jack, wo wir einfach, ja, auch Multifarben spielen und so, weil irgendwie sagt uns natürlich der Schlingenwurzelkriecher, dass wir das machen wollen. Aber eigentlich ist der Schlingenwurzelkriech, einfach nur eine verdammt gute Kreatur. Ähm, zwei Mana, zwei Zweier, produziert hier extra Mana, produziert hier sogar richtig viel Mana für eben Rückblende-Karten zum Beispiel. Und wir können Rückblende-Karten nochmal auf die Hand bekommen. Also, ähm, der hat einfach schon einiges an Punch. Winterdornsegen ist dann zum Beispiel einfach ein bisschen eine aggressive Karte. Also, Frage, wollen wir hier aggressiv spielen? Wollen wir hier tempobasiert spielen? Vielleicht. Karten, die hier einfach gut funktionieren, sind die exzentrische Farmerin, die uns ein paar Karten in den Friedhof legt und an den Land holen kann. Organsammler hatten wir ja schon mal, äh, ist ja schon mal vorgekommen bei uns, warum der so gut ist. Auch der Todkappenschüss, äh, Sprössling, ne, kann uns hier ein paar extra Karten in den Friedhof legen. Wie gesagt, diese Karten priorisieren die einfach schon so solide sind und dann noch diesen Bonus haben, dass die halt was in den Friedhof tun. Deswegen wieder hier, Fragezeichen bei diesen Karten, vielleicht ist ans Fenster klopfen genau das, was wir in Blau-Grün machen wollen. Und wir wollen richtig viele von denen haben, oder sagen wir mal, zwei, drei oder sowas locker. Und vielleicht wollen wir sogar Blick aus einer anderen Welt spielen, weil wir so viel, äh, Rückblende und sowas haben. Aber man darf skeptisch bleiben. Wie gesagt, ich bevorzuge die, die einfach nebenbei Sachen in den Friedhof legen. Und die richtig guten Rückblende-Karten, zum Beispiel Sichtung der Schattenbestie, ist richtig, richtig gut einfach. Aufstieg der Ameisen, hammer, äh, hammergutes Value halt. Ähm, Fahrt zum Festival. Wenn wir eben ein bisschen Multicolor oder sowas mit Blau-Grün machen, dann ist das, wird das eine wichtige Karte werden. Das kann ich aber echt noch nicht einschätzen. Tja, so, also, wie gesagt, ähm, ich denke mal, wir könnten hier sehr, sehr stark auf Synergie mit dem Friedhof gehen und haben eben eigentlich auch genug blaue und grüne Karten, die das so nebenbei machen, dass das funktionieren könnte. Ähm, aber vielleicht gibt's mehrere Versionen von dem Deck und die eine ist ein bisschen irgendwie tempobasierter, die andere ein bisschen, äh, Rückblende fast, äh, fokussierter und dann noch eins, was mehr so splashen will oder so. Also, äh, noch sehr offen das Deck für mich. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. So, als unser letztes Farbpärchen haben wir hier Rot-Weiß Tag und Nacht. Ähm, wir haben hier also Karten, die mit dem Tag- und Nachtwechsel synergieren, aber, äh, mal unter uns gesagt, das ist ein Agro-Deck, ne? Und das mit den Tag- und Nacht-Boni, das sind Boni, die man mal dazu bekommt, die man mal mitnimmt, aber, ähm, ja, rastet hier nicht so aus mit Tag und Nacht, ähm, es sei denn, ihr habt wirklich was davon. Sage ich mal jetzt schon direkt, ja, Reiterin des Sonnenaufgangs legt eben Plus-Eins-Marken rum, Heiliges Feuer ist einfach ein guter Removal-Spell-Punkt. Äh, wir haben eben die weißen Karten, die, ja, äh, meistens eher ein bisschen tagsensitiver sind, quasi, äh, ja, die uns aber auch eben für den Wechsel-Boni geben, äh, wir haben in Rot schon ein paar Karten gesehen, die damit interagieren und wir haben eben die ganzen roten Wehrwölfe, ich werde die natürlich jetzt nicht alle nochmal hier zeigen, ist schon klar. Also, wie gesagt, unterm Strich, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob Synergie hier wirklich was ist, um das wir uns Gedanken machen. Sicher nehme ich die mit, wenn ich die Reiterin des Sonnenaufgangs bekomme und Rot und Weiß bin, aber ich werde da wahrscheinlich jetzt nicht aktiv, äh, Tag und Nacht hinterher draften, so. Aber, wenn ihr eine ordentliche Anzahl an roten Wehrwölfen habt, ähm, dann wollt ihr natürlich verlässlich dafür sorgen, dass ihr ohne Nachteile, äh, es Nacht werden lassen könnt, also dann gelten eben dieselben Sachen, die ich beim Wehrwolfsteck gesagt habe. So, und damit sind wir dann tatsächlich schon durch und jetzt beginnt hier der zweite Teil des Videos, wo wir über die die besten Cummins in jeder Farbe reden. In Blau, auf Nummer 3, Geheimnisse des Schlüssels. Ähm, das ist sehr spekulativ noch zu diesem Zeitpunkt. Ich könnte auch ein paar von den blauen und, ähm, aufstörenden Kreaturen hierhin gepackt haben, oder, ähm, noch den anderen, ähm, günstigen Spell hier in Blau für Einmahner. Ähm, bin ich mir noch nicht so sicher, wo das jetzt genau landet, aber irgendeine Karte, die mit dem Friedhof interagiert, wird's wohl sein. Ähm, ja, ich hab jetzt mal das hier genommen, kann mir eben gut vorstellen, Blau scheint wirklich viel mit dem Friedhof zu machen und, äh, wenn wir da Karten hin und her schieben, dass wir dann hier, äh, das belohnt uns dann mit eben einem Kartenvorteil, für den wir einiges Einmahner bezahlen müssen, aber der durchaus auch schon ordentlich ist. Aufschrecken ist, äh, auf Nummer 2 für mich, da ich einfach denke, hier gibt's so viel, Minus 2, Minus 0 und hier eine Karte ist eben ein Spontanzauber, den ich immer schon ganz nett finde, sowohl in, ich sag mal, Kreaturen basierten blauen Decks, aber auch in, eben, Spontanzauber und Hexerei basierten Decks wie den blau-roten und dann kriegen wir noch das, den Zombie dazu, mit dem wir einfach viel anfangen können, besonders wenn wir blau-schwarz spielen. Also ich denke mal, die Karte macht einfach eben so viel und kostet nicht mal eine Karte, dass, ähm, dass die eben eine sehr gute Figur machen wird. So, und jetzt bei Nummer 1, da bin ich mir aber absolut sicher, also ich bin bereit, über die, äh, Platz 3 und 2 zu diskutieren, aber hier nicht der Organsammler. Also, wie gesagt, ist einfach, du hast Kartenauswahl, Kartenvorteil, Friedrufssynergien, alles auf der Karte und dazu, ähm, nimmst du eben Einfluss aufs Schlachtfeld mit dem 3-2-er für 4, also, äh, da kommt wirklich alles zusammen, was ich mag. Ist auch noch ein Zombie dazu. Hey, hey, hey. Und in Ruud, Platz Nummer 3, Aufopferung, ja, plus 2, minus 2 auf eine Kreatur, das heißt, ne, eine Verstärkung auf unsere Kreatur, wenn es notwendig ist, aber wahrscheinlich meistens ein Removal Spell, also Zerstörungstauber quasi für eine kleinere Kreatur von der Gegenseite. Und ist eben durch die Flexibilität gut. Wir haben ja schon in Schwarz zum Beispiel 1-Mana, minus 2, minus 2 gesehen, war immer gut. Und das hier ist eben eine ganz ähnliche Karte, mit der man in manchen Fällen ein bisschen vorsichtiger umgehen muss, in anderen Fällen aber kann man vielleicht auch mal einen eigenen Flieger verstärken oder so und für den letzten Schaden eine Runde früher durchkommen. Also, durchaus eine schöne kleine Karte. Platz Nummer 2, heißblütige Elementalistin. Für 4-Mana kein Doppelrot, nur ein einfaches roten 2-1er, der uns ein spontanster Waterhexerei wiederbringt. Klingt ziemlich gut für mich. Vor allem, wenn wir einen Zerstörungstauber zurückbekommen, dann ist das richtig, richtig gutes Value. Also, wir haben für solche Effekte schon 6 Mana bezahlt, für einen 2-1er oder 1-3er, der uns dann was wiederbringt. Und das war es auch wert. Oder es waren sogar Karten, die wir aktiv wollten. also, ich sehe da einiges an Potenzial bei der Karte. Und die unangefochtene Nummer 1 in Rot ist der Hieb des Mondwüters. Also, 2 und ein Rotes als spontanen Zauber und 3 Schaden irgendwo hin, wo wir wollen. Das wäre eine Karte, die in jedem Limited Set gut ist. Und dadurch, dass wir sie in der Nacht für ein Mana spielen können, ist sie richtig absurd. Also, auf jeden Fall guter First Pick über wahrscheinlich einigen Uncommons im Pack. Richtig, richtig gute Karte. Und jetzt in Schwarz, da muss ich sagen, hier habe ich keine Reihenfolge. Also, ja, das könnt ihr selber aussuchen, aber da werde ich mir einfach, bevor ich die nicht gespielt habe, nicht schlüssig darüber, welche Karte hier wirklich an welchem Platz ist. Deswegen stelle ich sie euch einfach so vor lebendig gefressen. Ein fantastischer Removal-Spell, interagiert eben super mit den ganzen verwesenden Zombie-Token, die wir schon gesehen haben, wo es sowohl in Schwarz als auch in Blau so viele Möglichkeiten gibt, wo man die einfach gratis dazu bekommt. Wir wollen in Schwarz-Weißen Deck manchmal einfach aktiv Sachen opfern, weil wir dadurch noch Boni bekommen oder dadurch dass Sachen sterben. Und wir können es halt auch einfach für drei Schwarz-Schwarz als eine Kreatur ins Exil schicken, was relevant ist gegen Aufstöbern und alles mögliche. Aufstöbern, aufstören natürlich. Die zweite Top-Karte in Schwarz ist Olivias mitternachts mal eins und schwarz für minus zwei minus zwei das wäre immer ein solider Removal Spell, aber in der Nacht minus 13 minus 13 tötet also echt alles, sogar Sachen, die unzerstörbar sind, also hier auch wieder richtig, richtig gut und gibt uns doch auch nochmal so eine Achse, die wir jetzt in dem vorherigen Review gar nicht so krass betrachtet haben, nämlich dass Schwarz durchaus auch manchmal es Nacht werden lassen will und ja, dann meine letzte Top-Kamen für Schwarz ist Fenstersturz zwei und schwarz für einen spontanen Zauber zerstöre eine nicht fliegende Kreatur deiner Wahl ja, also was sollte ich sagen, auch ein sehr, sehr effizienter Removal Spell ich schätze mal, ich möchte einfach eine Mischung von den drei Karten in meinem Deck nachher haben und dann habe ich wirklich alles abgedeckt was mir eigentlich passieren kann das einzige Problem was ich hier habe mit Fenstersturz ist, dass die Karte auf Englisch die Fenestrate heißt und es gibt auf Deutsch das Wort defenestrieren was eben den Akt bezeichnet meistens einem Würdenträger per Fenstersturz des Amtes und des Lebens zu entheben also eigentlich eben tolle Möglichkeit hier auch ein wunderbares altes deutsches Wort zu benutzen aber naja es sollte wohl nicht sein halt stattdessen Fenstersturz naja Flavor Fail aber geile Karte kommen wir zu Grün auf Platz Nummer 3 Duell um die Vorherrschaft war ja schon gesagt bei der Karte wenn wir damit einen Plus Eins Counter bekommen ist das ein Top Removal Spell wenn nicht ein bisschen gefährlich aber wir haben eben richtig dicke Wehrwölfe in Grün von daher sollten wir jetzt nicht so viele Probleme haben eine Kreatur zu bekommen die größer ist als eine gegnerische Kreatur und Platz Nummer 2 Exzentrische Farmerin ja wir bekommen zwei Dreier millen drei Karten und können ein Land aus dem Friedhof bekommen das klingt ziemlich gut ich meine wir werden manchmal drei Karten millen und da wird kein Land darunter sein in der Regel sollte aber eins dabei sein dann ist es echt toll klar wir können damit jetzt nicht ein Land raussuchen ist also nicht Fixing in dem Sinne also wir reparieren nicht unser Mana aber wir bekommen ein zusätzliches Land wir bekommen eine Kreatur plus ein Land für eine Karte ziemlich super und selbst wenn nicht dann sollten wir eben mit Rückblende und allen möglichen Gelegenheit haben mit unserem Friedhof was anzufangen und auf der unangefochten Nummer 1 in grün ist die Sichtung der Schattenbestie also im Moment für mich auf jeden Fall mit Abstand die beste Kammen kann sich noch ändern aber für 4 Mana bekommen wir einen 4-4er und einfach später für 7 Mana nochmal einen 4-4er aus dem Friedhof das ist einfach richtig gut 4-4er ist so relevant ein Status werden eigentlich durchgehen durch den gesamten Spielverlauf wenn du das in Runde 4 ausspielst ich meine dann wird die Gegenseite halt weinen weil dann kommt halt noch einer das weiß man dann schon ist sehr demotivierend ja aber klasse klasse Karte und in Weiß die Kerzen Einhexter auf Platz Nummer 3 ja ich denke mal eben die weißen Decks scheinen sehr kreaturen fokussiert zu sein und ja Hexenzirkel wird wahrscheinlich nicht so schwer zu bekommen sein und ja dann einfach ein 2-2er der fliegt ist einfach richtig gut Platz Nummer 2 Silberschmied aus Gerwen wenn der Silberschmied aus Gerwen ins Spiel kommt lege eine plus eins Marke auf bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl sich selbst inklusive sehr sehr schön erinnert an Basrius Akkulüten der allerdings die Marken nicht auf sich selbst legen konnte also hier auch nochmal richtig schön und eben Payoff dafür dass wir viele Kreaturen haben bringt viel mit für 4 Mana also einfach gutes gutes Value hier und eben Belohnung für viele Kreaturen und damit auch hier an der Spitze der Hauptmann des Suchtrupps kostet beim Wirken für jede Kreatur die angegriffen hat eins weniger wenn der Hauptmann des Suchtrupps ins Spiel kommt ziehe eine Karte auf einen 2 2 das heißt wir haben ja wovon dürfen wir so ausgehen vielleicht 2 bis 3 Mana 2 2 2 ziehe eine Karte auf einen Menschen super klasse also ja das sagt uns doch wir wollen gerne hier mit weiß viele Kreaturen ausspielen und in den Angriff übergehen das sagen viele andere weiße Karten auch sieht nach einem soliden Spielplan aus und lasst mich euch was sagen selbst im schlimmsten Fall wo ihr das zieht und nicht angreifen könnt 4 Mana 2 2 2 zieh eine Karte ist Kreaturen zu verstärken umso besser also von daher Hauptmann des Suchtrupps werde ich wohl ziemlich häufig draften das war es dann hier mit diesem Draft Guide ich sage mal an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare auf welche Farbkombination ihr euch am meisten freut oder was sind eure Top Cummins habe ich vielleicht hier irgendwas total offensichtlich ist übersehen was ich hätte erwähnen müssen was euch jetzt aber aufgefallen ist schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten schaltet doch gerne ein wenn ich dann Innistrad drafte hier auf dem Kanal natürlich sobald es online ist werde ich nur am draften sein und dann die Videos hochladen und ich wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg bei euren eigenen Draft ich hoffe das Video hat euch ein bisschen geholfen und ja bis dahin viel Spaß bleibt geschmeidig